Liebe Freunde, seht euch an, was Jürgen Kohler über Borussia Dortmund gesagt hat, aber erstmal, wenn du ein treuer Dortmund-Fan bist und keine Infos zu unserem Lieblingsteam verpassen möchtest, empfehle ich dir, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um hier alle Infos aus erster Hand zu erhalten, zurück zum Thema, Tabellensechster, 9 Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern. Die bisherige Bundesliga-Saison verlief alles andere als optimal für Borussia Dortmund. Dem BVB wird immer wieder mangelnde Sieger und Kampfmentalität vorgeworfen. Auch von Vereinsikone Jürgen Kohler, der auf die größten Defizite bei den schwarz-gelben hinwies, er sagte, wenn man den Kader mit den Meisterjahren 2011 und 2012 vergleicht, sieht man leicht, dass oben nicht alle Positionen besetzt sind, ich verliere aktuell einen sehr starken Sechser. Und durch den Ausfall von Haller konnte der BVB nicht Sein Offensivkonzept umzusetzen, sagte Kohler, für den 57-Jährigen ist es für Das neue Kalenderjahr noch wichtiger, dass der BVB zu dem schmutzigen Ergebnisfußball zurückkehrt, der schon zu Saisonbeginn zum Erfolg geführt hat. Tatsächlich gewannen die Westfalen in den ersten sieben Bundesliga-Runden viermal mit 1 zu 0. Damals hatten sie noch drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten FC Bayern, damit sie keine Informationen wie diese mehr verpassen. Hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin solche Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team verpassen, und das ist eine Umarmung und ein Abschied. espero τη Anungen und ein zumal es sehen, carve gemeinsam mit 1 bis 2 bis 2 bis 3 bis 3 bis 3 bis 3 bis 3 bis 2 bis 3 bis 2 bis 3 bis 3 bis 3 bis 3 bis 4 bis 4 bis 3 bis 3 bis 3 bis Untertitelung des ZDF, 2020